Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch 8. November Was lieblich ist und was wohl lautend, dem denkt nach. Philippa 4, Vers 8 Das ist eine harte Seelsorge. Da greift die Bibel in unser Geheimstes hinein, in unsere Fantasie. Nun, das ist doch wohl unser allerprivatestes Gebiet. In einem Volkslied heißt es, die Gedanken sind frei. Wer kann sie erraten? Sie fliehen vorbei wie nächtliche Schatten. Es bleibt dabei, die Gedanken sind frei. Und nun erklärt das Wort Gottes, nein, die Gedanken sind nicht frei. Jesus ist am Kreuz gestorben, damit auch unsere Fantasie erlöst werde und der gute, helle, heilige Geist eure Herzen erfülle. In der Bergpredigt nennt der Herr Jesus ein paar Beispiele. Wer seinen Bruder zürnt, der ist es Gericht schuldig. Ja, ja, sagen wir, das ist wohl ein Mensch, dem ich heimlich grolle. Ich habe ihm in Gedanken schon zehnmal einen richtig saftigen Brief geschrieben. Es sind nur Gedanken, damit schade ich doch niemanden. Doch, sagt die Bibel, du schadest dir selbst. Du hast Finsternis im Herzen. Jesus erklärt, wer eine Frau ansieht, ihrer zu begehren, der hat schon die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Wie, denken wir? Nein, das sind doch nur Gedanken, die nicht mal zu Worten oder gar zu Taten werden. Wem schaden denn die? Und die Bibel antwortet, dir schaden sie. Finsternis ist in dir. Was lieblich ist und was wohl lautet, was göttlich und groß ist, dem denkt nach. Wie soll denn das zugehen? Jesus sagt, was bei dem Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. Noch einmal, Jesus kam und starb für uns, um sogar unsere arme Fantasie zu erlösen. Herr, wie sehr weißt du, was wir brauchen? Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich. Ich bin Simon. Ich bin Simon. Vielen Dank.